Servus Leute, heute gibt es mal ein bisschen ein anderes Video für euch. Und zwar war Faiutec so nett und hat mir ein Gimbal zukommen lassen. So sieht das aus, das ganze Ding. Das ist das WG2 Gimbal. Das ist spritzwassergeschützt und schön kompakt, dass man sich das an die Brust klatschen kann. Und das probiere ich heute mal aus. Hier seht ihr jetzt ein paar Aufnahmen. Lasst mich wissen, wie ihr die Aufnahmen findet. Ob ich vielleicht das Ding öfter benutzen soll. Und ansonsten viel Spaß. Okay Leute, jetzt kommt mein Lieblingsteil. Von dem ganzen Geschrubbe hier. Ich hoffe mal, das funktioniert alles. Das Gimbal haut es nämlich die ganze Zeit durch die Gegend. Ich weiß nicht, wie die Aufnahmen gerade werden, aber... Ich habe hier noch auch schon aus. Ich freue mich auch schon aus. Also geht's nicht, wie die Aufnahmen gerade kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2019 ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal, ciao.